Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ja heute geht es einmal um Ringkerne, also diese edlen Teile hier. Man hört ja immer wieder Ringkerne zum Wickeln von Ballonen, Un-Un oder Mantelwellensperren und eine sehr häufige Frage, also eine Frage, die mir sehr häufig gestellt wird, ist, welchen Ringkern nutze ich denn jetzt für was? Also für welchen Zweck brauche ich welchen Ringkern? Und da dachte ich, ich mache einfach mal ein Video darüber, wie ich meine Ringkerne nutze. Gleich vorab zur Information, wenn ihr irgendetwas nachbaut, was hier liegt, einfach so und irgendetwas passiert, also könnt ihr mich da nicht dafür verantwortlich machen. Da ist jeder eigenverantwortlich und ich lehne daher auch jegliche Schadensansprüche ab. Ich übernehme keine Haftung für irgendetwas, was ihr baut, wenn ihr hier sowas kurz seht und sagt, das baue ich nach. Ach nee, also könnt ihr gerne tun, aber auf eigene Verantwortung. Das nur als Hinweis. Und noch ein Hinweis, die Ringkerne, die hier liegen, sind alle von der Firma Amidon, aber nicht gesponsert. Das ist mein privater Bestand, den ich in größeren Mengen, oder was heißt ja, in etwas, ich kaufe mir also nicht nur einen, wenn, dann kaufe ich mir direkt so 5, 6, 7 Ringkerne auf einmal. Bei den kleinen hier, das sind sowieso dann immer so 5er-Packs oder 10er-Packs, die ich mir dazu lege. Ich brauche die aber auch ständig, von daher, wie gesagt, alles. 43er Ringkernmaterial und die sind alle von der Firma Amidon. Findet ihr alle auch auf der Seite, auch mit den dazugehörigen technischen Daten, falls euch das interessiert, einfach bei Amidon und dann die Bezeichnung eingeben. Die steht hier unten drunter, ich erzähle das aber oder erkläre es auch gleich noch. Und dann habt ihr auch die technischen Daten für all diejenigen, die es interessiert. So, jetzt fangen wir einfach mal ganz klein an, weil mit dem kleinsten, da mache ich eigentlich am wenigsten das hier. Das ist also wirklich ein ganz kleiner Ringkern, das ist ein FT 5043. Das heißt also, der erste Wert bezieht sich immer auf Durchmesser, also die Größe. Das haben wir einfach mal die Größe. Und der zweite Wert, das 43, ist das Ringkernmaterial. Das hat etwas mit der Permeabilität zu tun und ich nutze grundsätzlich 43er Material, weil ich diese Ringkerne nutze im Bereich Kurzwelle. Also von 160 Meter bis 10 Meter und da habe ich mit diesen Ringkernen die besten Erfahrungen gemacht. Also fangen wir mal mit dem kleinsten an, der FT 5043. Was mache ich mit diesem Ringkern? Dieser Ringkern ist so klein, dass man ihn für den Antennenbau, also im Bereich Sendeantennen, eigentlich nicht mehr nutzt. Ich nutze ihn zum Beispiel für den Übergang einer Empfangsantenne auf Koaxialkabel oder, ja, um das Ganze zu symmetrieren, wenn ich symmetrische Empfangsantennen baue. Dann ist das natürlich, mit ganz dünnem Draht kann man da auch schon etwas reißen und, ja, man hat also nachher nur einen ganz kleinen Übergang, denn dieser Ringkern, der passt eigentlich überall, in jedes Kästchen überall hin. Da braucht man nicht große Gehäuse irgendwas, sondern die hat man schnell einmal dazwischen gebaut. Also bei mir, der FT 5043 nur für kleine Empfangsantennen. Ebenso für Empfangsantennen und, ja, weil er gerade in die Reihe gepasst hat, von dem habe ich auch, ich glaube, nur fünf Stück. Und die sind alle fünf noch so, dass sie roh sind, also noch nicht bewickelt, so wie dieser hier. Und das hat den Grund, weil das eine Größe ist, die ich eigentlich sehr selten nutze. Ich hatte mir ein komplettes Set gekauft hier mit diesen drei, jeweils fünf Stück. Und davon sind, ich glaube, zwei im Einsatz und hier von, ja, das ist der, glaube ich, der letzte, der noch frei ist. Da hatte ich aber auch schon fünf nachgekauft, also von dem habe ich zehn. Ja gut, aber wie gesagt, das ist also diese und dieser werden bei mir hier nicht oder sehr selten eingesetzt. Der FT 5043 und hier haben wir den 114-43. Das ist übrigens eine sehr interessante Größe, auch für den Portabelbetrieb ist dieser Ring sehr, sehr gut geeignet. Denn, und jetzt zeige ich es euch hier an dieser Nummer, der ist nämlich noch eins, noch eine Nummer kleiner. Das ist der FT 8243 und den nutze ich zum Beispiel für solche Mini-Transformatoren. Ihr seht, wenn ich den hier drauf lege, dann sieht man, das ist also die Größe, die hier verarbeitet wird. Ich habe hier einen kleinen 1 zu 4 und der ist gewickelt hier auf diesem 8243. Und damit kann ich also mit dem Portabelbetrieb oder beim Portabelbetrieb wunderbar QAP arbeiten. So 5 Watt, 10 Watt steckt der locker weg. Ich habe auch schon 20 Watt damit gemacht, da passiert auch nichts. Also das funktioniert tadellos. Ich hatte ihn öfter an dem G90 auch mit 20 Watt betrieben. Aber dann, wie gesagt, nur SSB. Nicht, dass er auf die Idee kommt und nimmt einen solchen kleinen Kern dann für FT8 oder so. Also da ist er nicht dafür gebaut. Also das hält er dann nicht aus. Dieser Kern, also dieser hier, ist auch hier bei dieser Antenne, die hatte ich euch ja das letzte Mal schon gezeigt. Das ist die Antenne aus meinem Portabelrucksack. Und da ist der 1 zu 49 drauf gewickelt. 1 zu 49 und, und. Und gewickelt ist das alles hier. Und ihr seht, da ist also kein Teflonband oder irgendetwas dazwischen, sondern direkt auf den Kern gewickelt. Und zwar mit 1 mm Kupferlackdraht. Also 1 mm Kupferlackdraht, das ist der Draht, den ich im Regelfall auch nutze, um diese Kerne zu bewickeln. Das ist ein sehr guter Draht, der eigentlich alle Leistungen aushält, wie ich sie betreibe. 100 Watt ist bei mir Maximum. Im Regelfall bin ich darunter. Aber mit 1 mm Kupferlackdraht könnt ihr also diese Ringkerne alle bedenkenlos wickeln. Und bis 100 Watt gibt es da auch keine Probleme. Wie gesagt, das war jetzt dieser Kleine. Der hier, der mittlere von den drei Kleinen, den nutze ich für diese Mini-Geschichten hier. Bis 20 Watt habe ich da sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Noch mal auf den Kupferlackdraht zu sprechen zu kommen. Wenn ihr einen solchen Kern wickelt, das ist jetzt der 240-43, der hält mehr Leistung aus. Aber auch da, ich sage immer so, bis 200-300 Watt nutze ich also 1 mm Kupferlackdraht. Und mehr mache ich eh nicht. Bei mir ist bei 100 Watt eh Schluss. Aber wenn ihr einen anderen Draht nutzt, zum Beispiel hier diesen ganz normalen Kupferdraht. Und ihr seht ja, der ist ja ummantelt. Ich habe jetzt schon des Öfteren gehört, ja, da müsst ihr unbedingt dieses Silikonkabelfeuerfest nach einer bestimmten Norm usw. nutzen, weil ansonsten schmilzt das weg. Also Leute, ganz ehrlich, mir ist da noch nie irgendetwas weggeschmolzen. Aber ich mache auch nur Leistung bis 100 Watt. Das muss ich dazu sagen. Wenn ich auf einen solchen Kern oder einen solchen Kern wickele, so oder ein anderes Wickelschema, und dann mit einer Endstufe draufgehe, dann natürlich noch digitale Betriebsarten mache, wenn ihr mit, ich übertreibe es jetzt, mit 5 kW auf einen solchen Orschi mit dem Draht, ja, dann irgendwann schmilzt alles weg. Das ist ganz normal. Also nutzt das so, wie es vorgesehen ist. Und dann braucht ihr auch da nicht viel Geld auszugeben dafür extra Silikonkabel nach Norm, Tralala, Hopsasa, nur weil das da nicht schmilzt. Wenn so etwas schmilzt, dann ist irgendetwas faul, dann ist irgendetwas falsch. Also Leute, da macht euch da keinen Kopf. Nehmt 1 mm Kupferlackdraht und dann ist es gut. Und wenn ihr einen anderen wickelt, ihr seht, ich habe hier mit ganz normalem Klingeldraht gewickelt und das funktioniert auch. Aber wie gesagt, maximal 20 Watt hier mit dem kleinen. Also da braucht ihr euch gar keine Gedanken zu machen. So, das waren also die drei, wobei die beiden eigentlich weg können, weil ich eigentlich nur den nutze zum Antennenbau, zum Senden. Und da haben wir hier auch einen 1 zu 4, belastbar hier bei mir bis 20 Watt. Haben hier den 1 zu 49, belastbar auch bis 20 Watt. Und jetzt haben wir hier noch einen 1 zu 4 und der ist gewickelt auf dem FT 240-43. Der ist natürlich von der Masse her wesentlich größer als hier so ein kleiner Schmuppes. Und dann ist natürlich auch die Belastung höher. Also mit diesem Kern, egal ob ich den jetzt in 1 zu 4, in 1 zu 9, in 1 zu 49, 1 zu 6, 1 zu egal was wickele, kommt man im Regelfall mit 100 Watt nicht an die Belastungsgrenze. Also damit mache ich im Regelfall 100 Watt. Ich hatte ihn allerdings, also eine Antenne von mir, mit einem solchen Kern, auch schon einem befreundeten Funk-Kollegen, ausgeliehen. Und der hat damit 400 Watt gemacht. Hat auch funktioniert. Also von daher, ja. Also im Regelfall, ich sage immer so, bis maximal 200 Watt könnt ihr das Teil ohne Bedenken da nutzen. Im SSB-Bereich, wohlgemerkt im SSB-Bereich, FT8 würde ich hier bei diesem Kern, ja, ich mache eh nur maximal 20 Watt, aber ich denke, da kann man auch mal mit 100 Watt draufgehen. Aber natürlich jetzt nicht den ganzen Vormittag Dauer-FT8 machen mit so einem Kern, dann kommt der auch an seine Grenzen. Der gleiche wie dieser, nur eine Nummer kleiner, das ist der FT1443. Und das ist einer, den ich sehr, sehr gerne nutze. Gerade im Portabelbetrieb nutze ich ihn sehr gerne, weil er ist immer noch schön klein leicht. Er hält auch die 100 Watt im SSB-Betrieb, wenn man keinen Contest damit fährt. Und dann ist auch dieser vollkommen ausreichend, 140-43 für 100 Watt SSB-Betrieb zum Beispiel zu machen. Im 1 zu 9, 1 zu 49, 1 zu 4 oder wie auch immer, gibt es da überhaupt keine Probleme. Auch gewickelt mit dem 1 mm Kupferlackdraht. So, und diese beiden, für die gibt es natürlich, oder für die habe ich auch noch andere Verwendungen. Und zwar hatte ich eben schon gezeigt, hier mit dem 1 zu 4 und un. Aber ich wickele damit auch, also mit diesen beiden auch, Mantelwellensperren. Und zwar diese einfachen Mantelwellensperren, ihr seht die hier zum Beispiel, die ist jetzt gewickelt mit einem 140-43. Und das ist eine Mantelwellensperre, die ich zum Beispiel nutze mit 100 Watt Leistung an, ja, hier im Scheck zum Beispiel. Oder um zum Beispiel das Coaxialkabel, das von einer Antenne kommt, nach Lambda 0,05 hier oder länger, dann hier einmal zu trennen und dann weiterzugehen in den Scheck. Bietet sich auch an, wenn man außen, außerhalb des Schecks, eh eine Trennstelle hat, bei der man bei, zum Beispiel bei Gewitter, die Antenne abklemmt, dann so eine Mantelwellensperre als Übergang ist natürlich das Ideal. Wie gesagt, hier der 240-43, den ich normalerweise nutze, mit 100 Watt, kann man aber auch locker mit 200 Watt betreiben. Ja, und hier haben wir jetzt, und das kennt ihr vom letzten, oder vom vorletzten Video, die Mantelwellensperre hier auf RG 316. Das hier ist übrigens RG 58. Und ja, hier auf 316, da nutze ich den 143. Da gab es auch Nachfragen, was ist denn das für ein Kern? Genau dieser FT 140-43. Hier könnte ich auch kleiner wählen. Ich könnte hier zum Beispiel mit diesem Kern, der wäre ausreichend als Mantelwellensperre. Ich habe mich dennoch für den FT 140-43 entschieden, weil, ja, man hat immer etwas Reserve. Und ob ich jetzt diesen Kern oder diesen Kern nutze, von der Größe her macht es nicht allzu viel aus. vom Gewicht auch nicht, aber ich habe den Vorteil, dass ich hier bei diesem FT 140-43 einen etwas größeren Umfang habe als hier. Und dann habe ich natürlich auch einen größeren Biegeradius des Kabels. Und ihr wisst, Coaxialkabel besteht aus zwei Komponenten, Innenleiter, Außenleiter. Und wenn man dann so wickelt wie hier, oder ich zeige es euch hier, wenn man so wickelt wie hier, dann ist man doch relativ eng am Kern. Man hat eine enge Windung, ein kleiner Biegeradius. Und da ist es natürlich besser, wenn man einen Kern hat, der einen etwas größeren Umfang hat, dann wird der Biegeradius nicht ganz so klein. Das ist übrigens auch etwas, worauf ihr achten solltet, wenn ihr hier solche Mantelwellen sperren wickelt. Schaut euch beim Hersteller einmal den Biegeradius an. Denn die Hersteller geben normalerweise diesen Biegeradius an. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auf diesen Kern versuche, RG213 zu wickeln oder H2000, die haben alle einen größeren Biegeradius. Da muss ich schon mit Gewalt, ja, und dann geht das Kabel kaputt. Also dann, das bringt nichts. Schaut euch den Biegeradius an bei den Kabelherstellern. Und dann könnt ihr dementsprechend auch hier eure Mandelwellen sperren. Wie gesagt, die hier bis 100 Watt auch problemlos als Trafo, als Übertrager, als Balloon, als Un-Un und als Mantelwellensperre zu nutzen. Bei hier, der würde ich die 100 Watt nicht ganz drauf geben. Da ist er mal dann doch etwas zu schwach, gerade was die Leistung betrifft. Der hier, ja, so bis, sagen wir einfach mal, machen wir mal fest, hier 50 Watt, 20 Watt und hier, das nutze ich nur zu Empfangszwecken. Also, Empfangsringkern, Ringkern bis 20 Watt, der hier bis 50 Watt, 100 Watt und über 100 Watt. Alles, wohlgemerkt, alles in SSB. Kein FM, keine digitalen Betriebsarten, weil dort ist ein Dauerträger, da ist die Belastung höher. Die Kerne kommen dann schneller in die Sättigung und da wählt man dann besser die nächste Größe. So, noch etwas, warum habe ich hier den 240-43 genommen? Ganz einfach, das hier ist ein fertig konfektioniertes Kabel. Das heißt also, da ist zweimal, vom Werk aus, schon zweimal BNC-Stecker angebracht. Und wenn ich jetzt wickele und habe einen kleinen Kern, dann komme ich da nicht durch. Das ist eigentlich logisch. Und ähnlich ist es auch bei diesem Kern. Der passt zwar, aber wenn ich spätestens, wenn ich drei Windungen drauf habe, passt der Stecker nicht mehr. Bei dem 140-43 gibt es da gar keine Probleme. Ihr seht, auch das hat wunderbar funktioniert. Und wenn ihr, so wie ich, fertig konfektionierte Kabel nutzt, dann ist auch ein Kriterium, welchen Kern man wählt, wo man mit dem Stecker noch durchkommt. Dann haben wir hier auch ein kleines Verbindungskabel, RG-316, jetzt nur zu Darstellungszwecken. Also das hier passt. Den kann man da durchwickeln. Beim 240-43, das sind PL-Stecker, wohlgemerkt. Bei dem hier geht es gerade noch so, aber wenn man mehrere Windungen drauf hat, dann wird es eng. Ihr seht, ich habe jetzt schon da ein kleines Problem. Und je mehr Windungen da drauf kommen, desto enger wird natürlich hier der Querschnitt. Und dann kommt ihr mit dem dicken Stecker durch diesen dünnen Kern einfach nicht mehr durch. Also von daher auch eine Sache, wenn ihr fertig konfektionierte Kabel nutzt. Wenn ihr die Stecker selbst anlötet, ist es gar kein Problem. Da kann man auch für dickere Stecker einen dünneren Kern nehmen. Allerdings dann nicht mehr, zum Beispiel mit dem Kabel, weil hier der Biegeradius auf diesen Kern auch überschritten wird. Und dann ist es natürlich schlecht. Also, jetzt kennt ihr meine Ringkerne, die ich nutze. Regelfall Antennenbau hier für im Scheck mit 100 Watt und vielleicht auch mal FT8 etwas mehr Leistung. FT240-43 für ganz normalen SSB-Betrieb ziehe ich diesen Kern vor, weil er schön klein ist. Auch für den Portabelbetrieb. Diesen hier nutze ich für diese Mini-Geschichten. Und zum Wickeln einfach Kupferlackdraht nehmen, da macht ihr nichts verkehrt. Oder hier einen isolierten Draht. Auch damit kann man arbeiten. So, jetzt habt ihr gesehen, wie ich vorgehe. Schreibt mir doch bitte in die Kommentare, wie ihr wickelt oder welche Kerne ihr nutzt. Es gibt ja auch andere Kerne. Man muss ja nicht diese hier wählen. Es gibt ja auch andere Kerne. Schreibt es bitte in die Kommentare. Der ein oder andere Einsteiger ist dankbar dafür, wenn er einige Erfahrungen von euch auch erhält und ihm so etwas geholfen wird bei der Entscheidungsfindung. Wenn er mit dem Antennenbau einsteigen möchte, eventuell etwas wickeln möchte, welche Kerne da Sinn machen. Ich hoffe, euch hat das Video etwas Spaß gemacht. Wenn ja, gebt mir bitte einen Daumen hoch, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren und dann sehen wir uns vielleicht bei einem der nächsten Videos nochmal. In diesem Sinne, ABDH 73, hier bei Delta Lima 8, Mike Hutto.